Seit 1922 gibt es unser Unternehmen in Herford. Kompetenz und Know-how im Rohstoffwandel sind seit Beginn wesentlicher Bestandteil unserer Firmenphilosophie. Modernste Computertechnik in allen Bereichen, von der kaufmännischen Abwicklung bis zur elektronischen Fahrzeugwaage, sind selbstverständlich und sorgen für effizientes und problemloses Handling. Jahrzehntelange Erfahrung kombiniert mit modernster technischer Ausstattung sind Grundlage für erfolgreiche Abwicklung, Aufbereitung und Verwertung aller Metallschrotte. Ein qualifiziertes Team von über 40 Mitarbeitern, ein moderner Fuhrpark sowie ein eigenes 48.000 Quadratmeter großes Betriebsgelände bieten beste Möglichkeiten für umweltgerechtes Recycling. Wachtmann Rohstoffhandel GmbH, Ihr Metallrecycler in Ostwestfalen.